Mein Name ist Gernot Schmidt-Schmidbauer. Ich bin Geschäftsführer der Artcare. Die Artcare ist eine Plattform für Archivierung und Kunsthandel von zeitgenössischer Kunst und wahrscheinlich mittlerweile einer der größten Online-Handelsplattformen in Österreich. Ja, das Spannende ist, ich lebe genau gegenüber in der Zirkusgasse und bin am Geschäft von Leo Josimovic hunderte Male vorbeigegangen und habe natürlich die tollen Jochen Rind-Fotos oder die eine Aufnahme gesehen, die da in der Auslage hängt und habe mir überlegt, ja, soll ich mal reingehen? Anlässlich der Young Attraction bin ich dann reingegangen und wollte mal wissen, was es überhaupt mit den Fotos auf sich hat. Der Jochen ist da gestanden. Ich habe ihn gebeten um ein Autogramm. Er hat den Koffer in der Hand gehabt. Wie ich gefragt habe, ein Autogramm hat ihn förmlich am Boden geschmissen und hat die Autogramme gegeben. Ganz leger, würde ich sagen. Ich habe wie immer gedacht, der Koffer wird zergratscht sein, aber er hat es ausgehalten. Das war die Story mit dem Koffer. Ja, das ist, glaube ich, das Spannende an der Geschichte, dass diese Fotos ein paar Tage vor dem tragischen Tod, nämlich am 5. September 1970, gemacht wurden und im Jahre 2020, also genau 50 Jahre nach dem tragischen Tod von Jochen Rind in Monza, man dem gedenken sollte und diese tollen Fotos wieder auflegen sollte. Mein Name ist Thomas Heinisch. Ich bin einer der drei Partner in der Art Care. Ich habe eben von Gernot gehört über die Fotos von Jochen Rind, die im Grunde eigentlich unveröffentlicht sind. Und als wir dann die Negative gesehen haben und die ersten Ausarbeitungen gesehen haben, waren wir alle überzeugt, dass das mehr ist als ein Foto von einem Star. Es ist ein Zeitdokument, es ist ein fotografisches Denkmal eigentlich für die 70er. Und wir waren überzeugt, dass wir aus dem mehr machen müssen, als bis jetzt passiert ist. Ja, für mich ist es sensationell, dass nach 50 Jahren sich jemand bereit findet, die Bilder überhaupt in die Hand zu nehmen und für interessant zu finden. Und für mich ist es natürlich schon eine angenehme Überraschung. Ich wollte diese Bilder in Ehren halten, weil es für mich eine ganz persönliche Sache sind. Kita vorwärts! Osa und schimberte dich. Das war's für mich! Es war's für mich! Und für mich ist der Max vonuaros Voorheir Кстати. Das war's für mich, ich war's für mich! Ich war's für mich! Ich war's für mich, das war's für mich! Aber wir waren's für mich!